Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, wir sind im... Okay, den Sprung hätte ich besser durchplanen können, aber gut, wir sind im Forstland und sind jetzt im Herzen des Waldes, denn hier fehlen uns noch zwei, ähm... Ach, jetzt... Das ist alles Cappys Schuld, ne? Möchte mal hervorheben, so. Ähm, denn hier fehlen uns noch zwei Münzen. Es kann sein, dass wir mit dem fetten Dinosaurier hier durch die Gegend latschen müssen und jegliche Felsen zu zerstören, da hab ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Oder wir finden halt noch irgendwo anders irgendwie irgendwas Sinnvolles, was wir da machen können, um irgendwie Münzen zu finden. So, da waren wir ja schon drin, da brauchen wir ja gar nicht mehr runtergehen. Fangen wir mal an den Fluss, da ist die Vogel, ich glaub, die haben wir schon gemacht, das Tic-Tac-Turnier hier, oder? Nein, haben wir nicht! Ach stimmt, ich hab keine Ahnung, wo der war. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo der ist. Zwischen so... Das sagt mir auch irgendwie nichts. Ich kann ja mal den Fluss runterlaufen. Vielleicht ist das ja irgendwo hier. Zwischen so drei Bäuen. Das sagt mir irgendwie gar nichts. Ich mein, die könnten mir ja mindestens sagen, wo der ist. Nicht einfach sagen, ja, hier ist bestimmt irgendwo einer. Das sind ja schon mal dicke Bäume, ne? Ich mein, hier sind doch drei dicke Bäume. Kann doch direkt hinter mir stehen, oder nicht? Oh Gott. Woher soll ich denn wissen, wo der ist? Da ist er! Woohoo! Okay. Hier. Merken wir uns den Weg am besten. Hier über diesen Berg rüber steuern. Und jetzt einmal schön den Rückwärtsgang einlegen. Mit relativ viel Speed. Woohoo! Gerade so geschnappt. Schimmer im Herzen des Walles. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Die Karte sagt uns natürlich leider gar nicht, wo wir hin müssen. Jetzt sind wir dieses Münzviech. Ich weiß aber nicht, was wir mit dem Münzviech gefahren. Sagen wir es von dem Münzviech, oder was? Ein Münzviech ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. So, was mach ich denn hier mit? Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad die der Kölner und dort wie lange soll da dauern und da passiert irgendwas Lasske Ritz das ist ja ein wenig eintönig was wir machen aber es scheint zu funktionieren aber die noch Münzen um das fest und kleiner Hinweis den Leuten die nicht ganz so dämlich sind wie ich vielleicht aufgefallen wäre bei mir war der jetzt so mehr Zufall dass ich hier Münzen versprüht habe boah ne das ist schon echt spannend ne boah da ist das mehr so ein Geduldsding und da kommt eh nichts bei raus weil langsam wird es albern langsam wird es echt albern ey warte mal das sind meine eigenen Münzen die ich als das Ding verschieße ich weiß ja nicht ob das so sinnvoll ist was wir gerade machen aber gut ich meine Münzen in Mario Odyssey sind ja jetzt nicht so sind sie jetzt nicht so der krasse Rohstoff oder so ne oh guck mal da oben ist schon eine Konospe yes ich glaube es sind nicht mehr ganz so viele Münzen die wir da reinschießen müssen und dann kriegen wir unsere Belohnung dann Myers la 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 dann können wir den Baum hier hochklettern und komplett verfehlen. Das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, das zu machen. So. Münzen füttern für den Schatz. So, jetzt haben wir hier unten auch schon wieder alle Mäunde bekommen. Jetzt müssen wir einmal rausklettern. Und dann sind wir mit diesem Wald auch endlich fertig. Ich muss sagen, ich werde ihn nicht vermissen. Kein bisschen. Kein, 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 ganz wenig bisschen. Also eigentlich Guarnet. Sowas von Guarnet werde ich den vermissen. So. Dann haben wir noch jetzt das Koopa Freerunning, was ich mir natürlich jetzt gerne verkneifen würde. Da oben haben wir noch einen. Und beim Aussichtsdeck. Und hier, ja der ist ja in hinter so einem Bild. Na, da können wir da müssen wir New Dong City uns nochmal umsehen, ob wir da ein Bild finden. Dann gucken wir mal auf der Aussichtsplattform. So, hier soll ja irgendwo ein Mondy-Mond sein. Das ist schon mal die richtige Richtung. Joa, ne? Da weiß ich jetzt nicht so genau weiter. Oh. Da hat sich das Problem doch gelöst. Ich weiß aber nicht, wie wir den kaputt kriegen. Wenn die Panzer noch hier wären, hätte ich eine Idee. Aber sind die ja leider nicht. Hm. Streckviehchen sind ja auch keine. Krieg ich überhaupt ein Streckviehchen hier hoch? Ah, das da. So, mit dem können wir schon mal ein paar Sachen hier kaputt machen. Wenn wir schon dabei sind. Oh. Das ist natürlich dann... Äh, ja. Das ist dann natürlich dann was anderes, wenn uns das hier auf dem Präsentierteller präsentiert wird. Die Münzen müssen wir auch noch mitnehmen hier, ne? So eine schöne versteckte 2D-Röhre. Kann man mal... Oh. Äh, wartet mal! Wartet mal! Die haben wir doch schon entdeckt gehabt. Ja, okay. Nee, du. Nee, du. Nee, du. Nee, du. Nee, du. Das haben wir ja schon gemacht, ne? Das ist jetzt nicht so doll. Aber gut, dann gehen wir als kleiner Wimpel die Dimpel. Machen einfach diese Rampe hier hoch. Und dann habe ich... Ach, Gefahr. Komm mal runter hier. Oh. Okay, okay. So. Dann haben wir uns noch den Gold. Die Nuss unter dem Aussichtsdeck. Das ging ja leichter als erwartet. So, die verschlossenen Cooper. Freerunning. Äh, keine Ahnung, was da ist. Auch keine Ahnung, was da ist. Was machen wir denn jetzt am besten zuerst? Ich würde sagen... Wir gucken uns das mal da hinten da an. Dann kriegen wir so systematisch von oben nach unten durch. Vielleicht bringt uns das ja weiter. So, ja. Ist aber nicht da drin. Nee, das ist nicht da drin. Das ist nicht da drin. Glaube ich zumindest nicht. Oder irgendwie hoch. Okay, da ist schon mal so eine Kletterpassage. Äh, oh. Ach, hier ist noch so ein Blumen. Ich dachte schon, ich bin hier runtergesprungen. So. Genau, wenn wir da rüber gehen, finden wir... Nein! Ich dachte jetzt echt, ich gehe dabei drauf. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Hinter... Das ist ja albern, dass man da hochspringen muss. Ähm. Äh, also, das war jetzt, äh... Schon eine grandiose Aktion. Wie lange Mario da in den Tod fällt? Ich meine, das wäre mir ja zu anstrengend, so lange zu sterben. Da würde ich ja sagen, mach mal ein bisschen schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aber gut. Aber gut. So. Vielleicht, dann werden wir hier kurz hoch. Da, 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 da. So. Wie gesagt, hierfür benötigen wir anscheinend einen Schlüssel. Und hierfür benötigen wir anscheinend einen Sprung. Finde ich albern. So. Wieso geht das denn nicht? Was mein ich denn da falsch? Ich hole da gleich... Ich hole da gleich Gleidon. Ha! Könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. Dann fang ich einfach an zu schummeln. So einfach ist das, ne? Das sollte man mich nicht provozieren. Sonst packe ich die dicken Gleidons aus. Ich glaube, das reicht von der Höhe nicht. Ich glaube, das reicht von der Höhe nicht. Nee. Nee. Oh, doch. Reicht. Dann kundschaften wir das doch mal aus. Gleidon! Gleidon! Stürb! Gleidon! Oh Gott, ich glaube, ich bin gerade daneben gesprungen. Gleidon! 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 Okay, mit diesem Weg hier kann ich leben. Mit diesem Weg kann ich leben. La 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 la. Ja! Ne? Da haben wir uns mal auf unkonventionelle Art und Weise geschnappt. Das ist für uns natürlich gar kein Problem. So. J-T-Pf, nee, Cooper Freerunning habe ich keine Lust. Und da beim Baum war ja nur dieses Bild. Ich bin schon fast am überlegen, das Bild zu machen. Weil ich keine Lust auf Cooper Freerunning habe. Da bin ich schon am überlegen. So, wir gucken uns nochmal kurz das Bild an. Verinnerlichen das nochmal und dann lösen wir das mal kurz. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, ne? So. So. So, zwei Büsche, ein Cooper. Und wir gucken nach Norden. Und das Ganze ist im Wüstenland. Unsere Amiibos sind fertig, aber... Ne. Die haben ja keine Hinweise für uns. Also einmal kurz die Odyssey aufladen. Und dann wollen wir in ein anderes Land. Und zwar in das wundervolle Wüstenland. Auf geht's mit diesem komischen Radantrieb. Sieht echt ein wenig merkwürdig aus, aber... Da kann man ja nichts machen, ne? So, das skippen wir mal kurz, was ich meine, ne? Ne, die 2D Odyssee da, die ist ja super, ne? Die ist ja super schön. Die reicht ja für unseren Flug vollkommen aus. Und nun landen wir im Wüstenland in der Brutzel-Ebene. Und jetzt müssen wir einen Sombrero-Cooper finden. Ähm, ich weiß halt schon, wo einer ist. Also da hinten beim Giftsee, der da das Drehdings macht. Guckt der nach Norden? Könnte sein, ne? Könnte sein, dass der nach Norden guckt. Okay, wir sind anscheinend hier nicht so... Nicht so effizient. Ne, der guckt nicht nach Norden. Du guckst ja irgendwie in die falsche Richtung, mein Freund. So nach Norden, wenn wir hier... Achso, der guckt dynamisch. Wenn wir hier mal nach Norden wascheln... ...finden wir dann 2 Büsche. Also da links sind 2 Büsche. Jetzt sind 3. Ich sag auch nix. Da sind natürlich noch 2 Büsche. Ah, da bringen wir auch nix. Da ist so ein einzelner Busch. Der wird uns auch nicht weiterbringen. Ne, wir müssen ja Richtung Norden hier gehen. Immer Richtung Norden. Aber Richtung Norden ist der Norden... Ne, ist tatsächlich so, ne? Richtung Norden ist öfters mal... ...der Norden. Hier ist ne Schlucht des Todes. So ein Sombrero-Cooper. Wo ist denn noch ein Sombrero-Cooper? Das sind wieder 3 Büsche, aber wir suchen ja... Oh, da hinten am Abgrund sind 2 Büsche, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Da sind doch 2 Büsche. Was das jetzt genau mit dem Cooper zu tun hat, weiß ich auch nicht. Aber egal. Mit Forstlandkunst gefunden. Sehr, sehr schön. Hatten wir hier denn noch was offen? Oh ja. Ja, den hab ich nicht gefunden. Oh, das ist alles anstrengend hier. Das ist ja alles richtig anstrengend hier. So, wir reisen zur Odyssey zurück. Es verbleiben immer noch so ein paar Monate. Oh ja. Aber komm, beim nächsten Mal fliegen wir zu irgendeinem anderen Land. Und dann gucken wir mal. Denn wir haben unsere Sendezeit ja schon wieder erreicht. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank für zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Tschüss! 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 Vielen Dank.